Ich spiele relativ häufig Blues und Blues hat immer drei Akkorde. Das ist die Gefahr. Das ist die Gefahr. Und irgendwann saß ich mal zu Hause und hab das so ähnlich gemacht, wie Maxi das eben erzählen hat, hat eine leckere Flasche Traubensaft dazu geholt, liebe Traubensaft. Und hab mir gedacht, das muss man auch anders machen. Und dann ist mir etwas eingefallen und weil ich sehr viel von diesem Traubensaft zu mir genommen hatte, hab ich das Stück genannt, weil ich habe mal in der Literatur gelesen und von Ärzten gehört, man soll davon nicht so viel sagen, hab ich das Stück dann genannt, Early Drake. Und dann ist mir das Stück dann genannt, wenn ich das Stück dann genannt habe. Und dann habe ich das Stück dann genannt, puisqu'. Musik 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 Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018